Was ist Ihr Geheimnis? Ich weiß nicht genau. Ich komme immer überraschen, Kevin. Man sieht mich nicht. Seht, ich sende euch wie Schafe, mitten unter die Wölfe. Ich sorge für dein Vergnügen. Ich schwöre, er kann uns hören. Er kann uns sogar nicht sagen. Eines Babylon, die Mächtige, sie ist zu einem blühenden Ort der Dämonen geworden. Noch vor wenigen Tagen unvorstellbare Maßnahmen auf den Corona-Ausbruch. Nach Italien und Frankreich schließt nun auch Österreich ab Dienstag alle Restaurants und hebt sogar die Versammlungsfreiheit auf. Kanzler Sebastian Kurz verbietet Treffen mit mehr als fünf Personen. Mehrere EU-Staaten haben ihre Grenzen geschlossen und lassen keine Ausländer, also auch keine Deutschen, mehr tun. Ich sende euch wie Schafe, mitten unter die Wölfe. Gegen das Virus schotten sich immer mehr Länder ab. Polen hat um Mitternacht seine Grenzen nach Deutschland geschlossen. Auch Dänemark, Tschechien und die Slowakei haben die Grenzen weitgehend abgeriegelt. Litauen will ab morgen Ausländern die Einreise verweigern. Lettland und Estland planen das ab Dienstag. Auch Großbritannien zieht nun mit und plant eine Schutzisolierung von Menschen über 70 Jahre für die Dauer von bis zu vier Monaten. Also das Abhängige ist eine ganze Zeit für die Dauer, die Dauer von der Dauer von der Dauer und die Dauer von der Dauer. Ich bin total! Ich bin total! Ich bin total! Du brauchst dich nur wieder zu fürchten. Er wird dir die Angst nehmen. Hinter ihm. Was ist Ihr Geheimnis? Ich weiß nicht genau. Ich komme immer überraschend, Herr. Man sieht nicht mehr. Seht, ich sende euch wie Schafe, mitten unter die Bölfe. Das ist ein Test, oder? So wie alles, nicht wahr? Ich schwöre, er kann uns hören. Er kann ihn sogar wittern. Ich sehe die Zukunft. Wer sind Sie? Och, ich hab so viele Namen. Ich war von Anfang an hier unten und habe die Nasen in den Dreck erhalten. Gott ist ein Voyeur. Er lässt euch allein hier unten!